Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Berechne den Winkel Delta, diesen hier. Die Strecken AB und BC, diese hier, sind gleich lang und das Ganze natürlich ohne Taschenrechner. Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht, ein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Schauen wir uns diesen schwarzen Winkel an. Dieser schwarze Winkel plus der 45 Grad Winkel ergeben zusammen 180 Grad, nämlich zusammen einen gestreckten Winkel. Wir fehlen also von 45 Grad auf 180 Grad noch 135 Grad. So groß ist dieser Winkel. Schauen wir uns jetzt diesen Winkel an. Dieser schwarze Winkel plus die 135 Grad plus die roten 15 Grad ergeben zusammen 180 Grad, das ist nämlich die Innenwinkelsumme des Dreiecks. 135 Grad plus 15 Grad ergibt 150 Grad, dann fehlen mir also noch 30 Grad, um auf 180 Grad zu kommen. Damit ist dieser Winkel 30 Grad. Als nächstes zeichne ich ein gleichschenkliches Dreieck, indem ich die Länge dieser Strecke hier hinzeichne. Das Dreieck AB ist somit gleichschenklich, das ist dieses Dreieck hier, da ja diese Seite und diese gleich lang sind. Damit sind auch die beiden Winkel gleich groß, das heißt dieser Winkel und dieser sind gleich groß, damit ist dieser Winkel hier 30 Grad. Als nächstes schaue ich mir diesen Winkel hier an. Dieser Winkel plus die beiden 30 Grad Winkel ergeben zusammen 180 Grad, das ist die Innenwinkelsumme des Dreiecks. 30 Grad plus 30 Grad ergibt 60 Grad, jetzt fehlen mir auf 180 Grad noch 120 Grad. Damit ist dieser Winkel hier 120 Grad groß. Als nächstes schaue ich mir diesen Winkel an. Der 120 Grad Winkel plus dieser kleine Winkel müssen zusammen so groß sein wie 135 Grad wie dieser Winkel hier. Mir fehlen also noch 15 Grad, daher ist dieser Winkel hier 15 Grad groß. Da dieser Winkel hier 15 Grad ist und der rote Winkel auch 15 Grad, ist das Dreieck BDE gleichschenklich. Das heißt, dieses Dreieck hier ist gleichschenklich und damit sind die Strecken BE und DE gleich lang. Also diese Strecke und diese hier sind gleich lang, das Ganze zeichne ich mal kurzfarbig ein. Als nächstes zeichne ich die Strecke CE ein und schaue mir diesen Winkel an. Der ist ja 15 Grad plus 45 Grad, also insgesamt 60 Grad groß. Als nächstes schaue ich mir diese beiden Winkel an. Die Strecken BC und BE sind gleich groß, also diese und diese sind gleich lang, daher sind diese beiden Winkel auch gleich groß. Jetzt der 60 Grad Winkel plus diese beiden Winkel ergeben zusammen 180 Grad, die Innenwinkelsumme des Dreiecks. X plus X sind 2X. Die 60 Grad bringe ich auf die rechte Seite, indem ich auf beiden Seiten minus 60 Grad rechne. 180 Grad minus 60 Grad ergibt 120 Grad. X soll alleine dastehen, dazwischen ist eigentlich ein Malpunkt, ich mache also das Gegenteil, auf beiden Seiten geteilt durch 2. 120 Grad geteilt durch 2 ergibt für jeden Winkel 60 Grad. Das heißt, dieser Winkel ist 60 Grad, dieser und dieser, somit ist das Dreieck BCE gleichseitig und alle drei Seiten sind gleich lang, also diese, diese und diese sind gleich lang. Als nächstes schaue ich mir diesen Winkel an, der 30 Grad Winkel plus der 60 Grad Winkel plus dieser Winkel müssen zusammen 180 Grad ergeben, nämlich einen gestreckten Winkel. 30 Grad plus 60 Grad ergeben 90 Grad, mir fehlen also auf 180 Grad nochmal 90 Grad. Damit ist dieser Winkel 90 Grad groß. Als nächstes schaue ich mir diesen Winkel und diesen Winkel an, da die Strecken CE und DE gleich lang sind, also diese hier und diese hier, ist das Dreieck CDE gleichschenklich, dieses Dreieck hier. Und somit sind diese beiden Winkel auch gleich groß, also die beiden sind gleich groß. Jetzt ist unser 90 Grad Winkel plus die beiden Winkel ergeben zusammen 180 Grad, die Innenwinkelsumme des Dreiecks. x plus x sind 2x. Die 90 Grad bringe ich auf die rechte Seite, indem ich auf beiden Seiten minus 90 Grad rechne. 180 Grad minus 90 Grad ergibt 90 Grad. x soll alleine dastehen, dazwischen ist eigentlich ein Malpunkt, ich mache also das Gegenteil, auf beiden Seiten geteilt durch 2. 90 Grad geteilt durch 2 ergibt 45 Grad für jeden Winkel. Das heißt, dieser Winkel und dieser sind jeweils 45 Grad groß. Letzter Schritt. Der rote 15 Grad Winkel plus der blaue Delta Winkel müssen zusammen 45 Grad ergeben, nämlich diesen Winkel hier. Somit ist Delta 30 Grad. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet und wie ihr vorgegangen seid. Ich teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.